Moin Pyros und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute habe ich für euch im Test die Hanami, ein Kaliber von 25 mm, 10 Schuss, 138 Gramm MDM, 20 Sekunden und eine Effekte von 35 Metern. Die Effektbeschreibung lautet hier, blaue Leuchtspuraufstieg zu blauen Peony mit roten Blütensternen. Da bin ich sehr gespannt auf den Effekt. Kann ich euch mal zeigen, wie die Batterie aussieht. So sieht die aus. Mit Standfuß, glaube ich. Ja, mit Standfuß. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß bei der Zündung. Wir sehen uns gleich draußen, Pyros. Jetzt machen wir die Hanami, wir sind draußen. Ja, let's go. Wo ist denn die erste Zündchen? Reserve? Erste. Let's go. Ich würde sagen, 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 ich würde vielen dank fürs zuschauen das war die hanami ich hoffe euch hat es gefallen und ja bis zum nächsten video macht's gut